der alte account lucas 201 der sieht aus peace und frieden kaum dreht sich die lucy um schon werden werden sie leute okay jetzt müssen wir natürlich noch in den ball kriegen und die synchro muss wir in die synchro jetzt das dritte mal hintereinander wieder nicht wirkt ich werde zum schwein dann muss man den nämlich für setten und noch mal handen also los so trugschlag action auf geht's und er bietet sich direkt der sagt der wird direkt nur auf die schnauze hauen oder was so und noch mal trugschlag herzlichen glück und dankeschön aber erst muss man anfangen und er muss scheu werden oder mäßig scheu oder mäßig ich war dabei und habe es nicht verpasst ja ja endlich endlich mal nicht verpasst nun mit der pustet sich immer weiter so halbzeit wir müssen mehr schwächeln um kann leider keine Donnerwelle machen das wirkt bei dem nicht aber naja was soll wo hat er mich gerade weggegriffen als ob okay das ist ja aber nicht 16 07 nicht ganz aber fast so der wach wurde schaffst das sehr schön der wachung zurück heute fangborn aktivieren und superbeil wir nehmen bei ihm in superbeil und der hoffen dass es klappt superbeil da passt irgendwie da noch ein paar andere aber ich nehme in superbeil kurs so wird haben wir noch einen meisterball wenn es auf hart kommt wenn er sich selbst umbringt mit verzweifeln oder was so weit sind wir noch nicht klick zack zweiter ball das ist okay scheinbar bei 201 leute so gut so gut so gut k wenn man so spitznamen lassen in die pc-box so und jetzt schon mal was ist für ein wesen hat die Synchro muss echt mal wieder wirken die hat schon ewig nicht mehr gewirkt das ist es halt kann ruhig mal wieder wirken sinken lieben können wir nämlich auch zum nächsten aber lange hat das auch nicht gedauert an der lena klar länger als deines mit 77 201 ist auch voll okay es ist sogar richtig gut das sinkt böse leck das stimmt so und schauen wir trotzdem mal es hat geklappt ja es hat geklappt wupp wupp sehr schön guckt es euch an guckt es euch an dann